Willkommen bei Luka Gaming 19. Heute spielen wir wieder Trackmania Turbo, was es jetzt in April noch gratis gibt für BSM Mitglieder. Luka hat euch das letzte Mal die Solo Kampagne gezeigt. Wir werden einmal jetzt die Double Driver Kampagne präsentieren und schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wie ihr seht, haben wir da noch kein einziges Mal gespielt. Schauen wir mal was das ist. Fangen wir bei 0-1 an. Aha. Musik Booster. Aha. Bremse. Bremse. Beschläunigen. Ui, cool. Fangen wir mal unten an. Alleinfahren. Schauen wir sich die Strecke mal an. Platz 1. Bereit. Und? Achso, zweite Spiel erforderlich. Okay, das können wir ja dann gar nicht machen. Verlassen. Äh, logisch. Double. Nächster Saison. Dann machen wir wieder Solo. Solo Kampagne. Machen wir Herausforderung 08. Gehen wir auch auf allein fahren. 2, 1, 1, GO! Schauen wir mal. Boing. Können wir neu starten. 1, GO! Warum ist das immer mit den anderen Sprachen? Hm? Hm? Oh ja. Oh ja. Wir fliegen wie der Knight Rider, wie der Kid. Wiii. Ja. Das ist ja überlastig. Wow. Mach das cool. Echt cool. Neuer Akord 023. Und was ist der wert? Gut gespielt. Neuer Akord 023. Und was ist der wert? Gehen wir genau. Was ist der wert? Herausforderung? Golm? Nein. Mach mal ein Herausforderung. Und? 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 Zieh mal. Ui. Waaat? Boing! Noch einmal. Kann man da zu hoch auch springen? Er war jetzt nicht da. Und und und. Und 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 weiter fahr 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 fahr. Ui ja. Cool das Spiel. Pimm das auch mal. Ui ja, da. Nichts, nicht zurück. Das war ein schöner Spann. Oh, ins Ziel gefahren, vor Gold, das ist sehr cool. Ja, das war es mit einem kurzen Video wieder von uns, heute mal ein sehr kurzes Video und schaut auch bei meinen Kollegen vorbei, vielleicht und bis bald. Und ein schönes Tag noch oder schönen Abend noch, schöne Nacht, gute Nacht, wie auch immer. Schaut beim nächsten Video auch vorbei.